Den Sommer in Taizé habe ich mir gedacht, voll schade, dass es bei uns in der Pfarrer keine Taizé-Gebete gibt. Ich habe dann beschlossen, in Kirchdorf damit anzufangen und schnell hat sich ein Team von fünf Personen gefunden und somit gibt es seit Oktober monatlich Taizé-Gebete, wo verschiedene Leute musizieren. Setzt du dir auch ein, dass du deine Wünsche wahr werden lassen kannst?